Jo Leute was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video, heute bauen wir die Wasserrutsche auf in meinem eigenen Haus. So Leute wir werden ab hier Anlauf nehmen und hier fängt ungefähr die Rutsche an. Also hier fangen wir zu rutschen. Dann gehts die Tempo runter und das bauen wir gleich alles noch, wir bauen die Übelze hoch wieder rein, die dann so hoch geht. Dann weiter bis zur weißen Tür. Leute, dass man zu kann, dass man tut kann. Aber jetzt müsst ihr erstmal die Matratzen platzieren. Wir haben ungefähr zehn Stück. Wir haben die geschenkt bekommen, das ist richtig korrekt. So Leute, wir bauen jetzt erstmal die Matratzen auf, wir platzieren die jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, Tom und ich haben jetzt hier alles soweit fertig. Hier müssen wir noch einen Spanggurt rummachen, also hier, damit die schön weit unten ist. Aber die rutscht schon, die rutscht auf jeden Fall schon. Das geht fit, Leute, gebt euch das. Wenn das glatt ist, rutscht wir hier dann auch noch weiter runter. Wir werden jetzt noch hier alles vorbereiten, also so, dass wir uns nicht verletzen können. Und dann legen wir die Folie aus und es geht los. Leute, wir haben jetzt hier die Folie so provisorisch hingelegt. Wir müssen jetzt noch ein paar Sachen aus dem Baumarkt holen, wir haben ein paar Sachen vergessen. Die holen wir jetzt und dann machen wir die Folie weiter fest und dann... Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Leute, wir haben jetzt hier so, ich weiß nicht, ich glaub das sind so zwingend und die sind übelst schwächt, die nicht mal mit einem, doch mit einer Hand geht schon, aber die sind übelst krass. Ich glaub dadurch solltet ihr die Folie halten und dann müssen wir auch nicht Nägel oder so in die verfahren. So an die Nase machen, das so schön übelst wäre, das so wäre. Macht klar. Da ist der Eingang zum Wasserrutsche. Ja man, wir haben schon eine Leiter hingebaut, weil wir können ja gleich nicht mehr da hoch gehen. So Freunde, wir sind mit der Folie fertig, die ist jetzt komplett ausgelegt. Gebt euch das, das ist komplett fertig, das sieht so übertrieben nice aus. Das ist auf jeden Fall eine krasse Wasserrutsche und diese Klemmen haben so geholfen, die haben so übertrieben geholfen. Wir machen jetzt auch den Feinschliff und dann werden wir auch schon rutschen. Ich bin so gespannt, wie das wird. So Leute, die Rutsche ist fertig. Es geht jetzt hier los, also hier fängt man an zu rutschen, da rutscht man jetzt über diese Gerade, dann hier runter, da um die Kurve und gebt euch das mal, wie steil das da ist. Das ist so übertrieben steil. Ich glaube gar nicht, dass ihr das richtig sehen könnt. Ja man, wirf mal was runter. Okay. Leute, das ist mein Kameramann, frisch aus Thailand eingeflogen. Ja, rechts eingeflogen. Safadi Haar? Ja, jetzt mach deine Arbeit. Okay, ich mach meine Arbeit. Hey Leute, komm mal mit. Wir machen jetzt ein bisschen Wasser. Ja, bitte. Wir werden einmal, nur ein bisschen. Erstmal ja. Und dann haben wir jetzt hier, wir haben jetzt hier eine Frischereiseite. Das ist Tom, frisch aus Düsseldorf eingereicht. Eingeflogen. Eingeflogen. Boah, Digga. Aber das riecht gut. Boah, jetzt riecht es durchgehauen. Ich rühre das. Weißt du, wie das aussieht, Bruder? Dickflüssiger Eiran. Eiran. Kennst du das? Das ist jetzt ein Schneewesen. Ah Junge, das ist spritzvoll. Max. So, da Max gerade Shampoo holt. Kann ich nebenbei noch ein bisschen Werbung für mich machen, ne? Das ist schon jetzt nicht schlecht. Jetzt bist du in die Stiegler. Boah, Mann. Guckt euch an, Leute. In den Insel-Affe. Ey, bin ich... Ey, Digga, bin ich runter... Ey, Max, wenn du mich nicht aushaltest... Ja, toll. Jetzt bleiben sie mein ganzes... Wenn du bei Max arbeitest, hast du eine abgeschlossene Lebensversicherung. Leute, wir testen jetzt die Rutsche das erste Mal. Ich werde mich jetzt kurz umziehen. Dann schmieren wir alles mit Seife ein. Und dann geht's ab. Seid ihr bereit? Ready, 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 ready. Stopp, stopp. Lass mich hier kurz deine Haare bewerten. Sieht aus wie so ein Goku. Ich rutsche da jetzt runter. Aber wir fangen erst mal hier an, so low, ne? Ich bin so gespannt, Alter. Leute, die ist schon wieder halb kaputt gegangen, die Rutsche. Also hier ist jetzt hier eine Folie abgegangen. Aber wir versuchen es jetzt noch mal, diesmal mehr Anschwung. Ey, Leute, Tom ist da nicht so gut wie Rutsche. Das übertreibe ich auch mal. Du bist doch richtig reingesprungen, ne? Ja. Ich geb ihm richtig, ich geb ihm böse. Scheiße, du. Oh. Oh, dick. Digger. Scheiße. All right. Oh. Leute, ich hol jetzt kurz was und es ist übelst kalt draußen. Es ist übelst kalt, 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 kalt. Wauw, geh auf den Scheiß mit der Wundwerke! Was ist das? Hat er sich da unabgelegt, Digga. Boah, das ist unabgelegt. Oh fuck, hat er sich da unabgelegt, Digga. Boah, ist das glatt, Mann. Leute, wenn ihr Bock habt, dass wir mal ganz oben vom Dach eine Rutsche bauen, dann schreibt es immer in die Kommentare. Wir machen das aber erst im Sommer, denke ich. Ja, also im Winter ist ein bisschen zu quell. Die Rutsche funktioniert jetzt so, geht so. Ich hätte mehr erwartet auf jeden Fall. Aber macht schon Bock auf jeden Fall. Wenn du rutschst, dann mach mal einfach noch was drauf. Soll ich das mal machen? Das war's. Boah. Boah, was war's? Das war's, Digga. Hör mal, ne? Ey, Leute, das war's jetzt mal mit dem Video. Wir müssen jetzt hier alles aufräumen. Wir haben einfach vier Stunden aufgebaut, sind eine halbe Stunde gerutscht und können jetzt wieder locker drei Stunden abbauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da hin und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn das der Fall ist. Ja, Freunde, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.